Hallo zusammen, mein Name ist Louis und ich bin neu Motorrad Verkaufsberater hier bei BMW Dielsdorf bei der Hedin Automotive. Ich freue mich hier zu sein und ich freue mich euch in Zukunft hier beraten zu können. Das war eine kleine Runde mit der neuen BMW M1000 App. Das ist ein ausgezeichnetes Motorrad und richtig zu Hause fühlt sie sich auf der Rammstrecke an. Ich freue mich, euch diesmal BMW hier vor Ort bei der Hedin Automotive Dielsdorf vorstellen zu können. Ich freue mich auf eure Aufrufung.